Anders hin. Ich bin noch im Game-Mode, ups. Boah. Ja, ja, ja. Ich merke schon, da bescheißt einer. Siehst du mich jetzt? Ja, nisch. Nee. Wie ich da drüben auf der Leiter stehe und brenne. Ich höre was. Jakob! Bah. Ich höre es aber nur, ich sehe dich echt nicht. Cool, das war knapp. Gleich nochmal außen wieder einen. Nee, du musst einfach nur sterben, ich glaube. Du musst doch auf an dir, oder nicht? Achso. Ja, aber ich habe auch auf. Und wenn bei mir was nicht stimmt? Oh, nein. Ups. Oh, fuck. Nein, nein. Guck, jetzt sehe ich dich schon wieder. Fluch heute so viel. Hast du ja auch vorhin schon gesehen. Okay. Nein, echt nicht. Fluchen ist gut, tut der Seele gut. Was fluchen? Das ist mir aber auch schon heute aufgefallen, jetzt hier heute in der Aufnahme, dass irgendwie die Leute versetzt sind oder man sie nicht sieht. Sie sind versetzt? Und dann müssen sie sterben und dann sieht man sie wieder. Hast du die Leute versetzt? Ah, 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 nein, ja, nein, ja. Ich schaffe es einfach nicht an die Leute ran. Also, ich raff das nicht. Ich verstehe auch gar nicht, wie das gehen soll. Also, du springst ganz spät ab, hoffentlich. Tyrannimo! Ich, ja. Nein, nein, der hat auch. Nein, nein, das kann nicht funktionieren. Boah, das ist so extrem knapp, ey. Das ist doch Wahnsinn. Also, ich habe ihn jetzt gerade zweimal hintereinander geschafft. Oh, dreimal. Aber danach komme ich nicht weiter, ja. Ja, klar, weil es kaum nicht im Gang ist. Ja, ich springe einfach spät. Schaffe ich das sofort? Ich muss mich eigentlich verarschen. Ja, schon. Ah, jetzt habe ich es auch mal hier rüber geschafft, okay. Nein! Das fällt ja von der Leiter, wo die Schiff drückt. Das fällt ja von der Leiter, Leiter, Leiter. Auf der Lauer, auf der Mauer. Es ist eine kleine Wansche. Schaut euch mal die Wansche an, wie die Wansche tanzen kann. Ihr dürft raten, was ich für eine Pizza bestellt habe. Eine Wanzenpizza. Pizza Pungi. Voll gut, Jakob, jetzt mich verarschen. Hast du neulich schon bestellt, also. Ach so, verdammt. Diese war auch echt lecker. Ja. Krass. Oh Gott. Gibt es dann leckere Pizza-Auschnitten? Insider. Er war echt ein guter Insider. Muss ich mal dich mal loben. Der ist gar nicht da. Ey, Flo, ich mach's mal gesprungen, bitte. Keine Ahnung, ich springe einfach. Oh ja. Geiler Schein. So, ich flieg da auch gleich. Oh Mann! Wenn ich das nächste Mal da hochkomme, fliege ich danach da hin. Antti, die habe ich noch gar nicht erzählt. Ich habe das nicht über Fleisch, Ske. Nee. Ich habe mir jetzt fast gedacht mit der Dupfischpizza. Ja, genau, weil ich... Wo er so viel gewogen hat wie ich, aber halt einfach 20 Zentimeter größer ist. Ja, und jetzt fängst du mit Bodybuilding an. Ja, unbedingt. Das ist auch ein Insider. Ja, richtig. Dass du irgendwann nicht mehr durch irgendwelche Türen passt. Nee, ich treib's ja nicht. So. Wenn ich jetzt das nicht schaffe, flieg ich hier hoch. Hey, jetzt fall ich da wieder. Jetzt fall ich da wieder rein. Auf welchen Block muss ich jetzt von hier springen? Auf den roten da, oder? Nein. An die Leiter? An die Leiter? Ah, Döde. Hier an die Leiter, wo ich gerade drunter stehe. Hey. Okay, geschafft. Das heißt, du darfst den Checkpoint jetzt verwenden. Nee, du musst erst mal die Leiter da hochkommen. Hab ich geschafft. Oh. Ups. Oh, sorry. Oh, Andi, voll gut. Ja. Du darfst mich nicht so früh loben. Andi, das schaffst. Juhu. Du musst, glaube ich, echt später abspringen. Lol. Wie süß, gerade im Hintergrund so. Lol. Ja, mehr könnte ich doch nicht zum Besten geben. Der kam übrigens da hinten, hinter dieser Säule. Oh, wo muss ich denn hin? Jetzt hier verstehe ich nicht, wie ich weiterkomme. Das verstehe ich immer nicht. Und lehrt es. Nein, nein, nein. Danach geht es so richtig scheiße weiter. Oh, fuck. Apropos Lol, wir haben, ich habe noch kein einziges Mal mitgespielt beim Aufnehmen, ne? Was? Wir müssen nachher noch was aufnehmen. Oh ja, zur Info, Tobi, ich spiele jetzt LOL. Und er ist schlecht. Und er ist voll gut. Ach, was? Ja, gut, für 17 Wins geht es einigermaßen. Ja, ich habe auch noch nicht mehr. Ich spiele ja mit... Ja, Tobi. Worüber hattest du Probleme hierhin, Tobi? Das ist halt auch nicht wirklich was Gutes. Weißt du was, nochmal? Hierhin und jetzt? Hä, wie komme ich hier rum? Er hat dich lieb. Hä? Hast du ja draufgekommen? Lol. Ja, das ist... Darum schaffen ist ja leicht. Nur dann von dem, wo du rumgekommen bist. Ja, ich muss erst mal gucken, wo muss ich da hin? Und das habe ich verkannt. Hast du doch im ersten Mal darüber gekommen, Andi? Klar, war voll simpel. Willst du mich verarschen? Soll ich es nochmal machen? Warte, ich mache es. Geht mir jetzt zu denken, Tobi. Ich mache das jetzt nochmal. Ich fall da wieder rein. Guck, Tobi. Das ist ganz einfach. Hat er die Kiste gemacht? Nee, guck erst in der Lava. Nur weil du mich runtergehauen hast, du... Komisches grünes Etwas. Tobi, du darfst erst ganz spät in der Luft auch Shift drücken. Vielleicht ist das dein Problem. Das kann natürlich sein. Weil dann unterbricht er nämlich Sprinten. Okay. Mimimi, 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 Mimimi. Ja, siehste? Ich sag was und ich bin einfach ein König. Ja, wir lieben dich. Und zwar kannst du immer nur ein Feld laufen und wenn du alleine bist, am Ende kannst du nicht mehr viel machen im Traum. Ja, genau. Aber die Frage ist, wie komme ich denn hier weiter? Ich bin so bescheuert. Oh mein Gott, hey. Every day I'm shuffling. Oh Gott, heute sind wir wieder, zumindest ich für meinen Tag, gerade viel zu gut drauf. Wie war das? Oh, oh, oh. An den Drogen, die du nimmst, vermutlich mal. Wir sind einfach zu stark. In dem mehr oder weniger. Also, viel mehr. Problem ist halt als Mediziner gekommen, wie sie umsonst, ne? Ich überlege gerade, ich habe gerade einen Hänger. Ja, jetzt, wie man da weiterkommt, ist verstehe ich. Ich habe gerade einen Hänger. Da bin ich bis jetzt immer runtergeflogen. Ich habe eine Idee, ich habe eine Idee. Warte kurz, ich habe eine Idee. Ich weiß noch nicht mehr, was man da tun muss. Man kann auf den Leiter irgendwie Schwung aufbauen, man so hin und her. Oh nein. So, schau mal nicht. Was ist der Teufel? Oh nein. Gehst du mal vor, bitte? Okay. Okay, damit du mich runterhauen kannst. Ich haue dich nicht runter. Im Endeffekt läufst du einfach um die Ecke und springst nicht mal mehr, oder? Ja, aber dann fällt mal runter. Das reicht nie und nicht mehr. Das heißt, du springst doch. Das geht einfach nicht. Ja, aber du kannst ja auf der Leiter nicht springen. Fuck. Schon wieder, sorry. Weil du bist ja nicht ganz auf der Leiter drauf, weil oben ja du anstößt. Das ist ja das Problem. Du musst irgendwie so um die rumcrouchen. Das ist ganz komisch. Aber dann bist du wieder zu langsam. Jetzt fällt dir wieder rein. Das ist ja mein Problem. Ihr versteht mich. Nicht. Ihr versteht mich. Okay. Ja, äh. Oh. Mal hin. Station. Jakob, bei dir alles so gut? Ja, ich habe mir das Gave einmal gemacht. Gut. Also, Andi, wenn die Aufnahme nicht klappt von dir, dann haben wir Pech. Kein Problem. Dann hörst du halt im Hintergrund. Ich habe sie jetzt unterbrochen, auch die Aufnahme. Was? Ja, sonst müssen wir das alles nochmal neu machen. Ja, unbedingt. Ganz geil. Dieser schöne, liebe Gema. Dein Fressen ist da. Jo. Dein Fressen ist da. Und wie du wieder aussiehst. Löcher in der Nase. Und ewig dieses Pferd. Ey, sag mal, du willst mich doch verarschen, dieses... Nein, fast geschafft, ey. Okay, wirst du? Das soll doch eigentlich gar nicht mal so schwer gehen, oder? Ähm, es geht auch ganz gut. Nein, nein, spring einfach rüber jetzt. Ja. Du musst die Leertaste drücken. Richtig. War das Problem gerade, ne? Ja, das ist klar. Ganz ruhig, Jakob. Ganz ruhig. Ich habe meine innere Mitte schlecht gefunden, keine Angst. Ja, Berlin Mitte. Das ist super. Ah, jetzt kommt... Der Witz ist immer schlechterer. Ja, ich weiß. Also, jetzt bringe ich ihn auch immer wieder auf. Ich habe ihn gerade zum ersten Mal gehört. Was? Ihr habt ihn schon 25 Mal gehört. Du kriegst auch jetzt nichts mit, wenn man spielt, oder? Da geht da vieles an mir vorbei, was da Andreas labert. Ja, da habe ich gesagt, dann hast du gerne in die Mitte gefunden. Das ist ewig her. Ich glaube, das kommt noch von der ersten App, die man gemacht hat. Ich glaube, das kann echt sein. Das kommt von einer ziemlich am Anfang. Das ist, glaube ich, noch von dem Turm, wo wir mal waren. Reh. Ich dachte, Tonfischpizza. Ja, Reh ist auch drauf. Und Pferd. Und Pferd. Ja, auf Pferd hast du aber keinen Einfluss. War der Block da, oder muss man eigentlich direkt an die Leiter springen? Nein, der Block war da. Ich kann halt nicht produzieren. Achso, welcher Block denn? Ja, der Block jetzt, wo ihr immer hochgeht. Nee, der war nicht da. Nur der Netherblock war da. Hey, wie soll man dann da an die Leiter kommen, bitte? Ja, das ist... Ach, der Netherblock war da. Ja, ja, also, das meine ich ja. Hö, ich habe die Leiter geschafft. Beim ersten Mal. Hö? Hö? Hast du es geschafft, Jakob? Oh mein Gott. Aber jetzt fühle ich mich nicht mehr gut. Ja, ich habe halt beschissen in dem Sinne, dass ich halt immer dorthin zurückgeflogen bin, wo ich runtergefallen bin. Ja, aber es ist ja okay, dass du uns so ein bisschen einbruchst. Oh Gott. Ja. Denken wir drauf. Gut, nein. Also, ich habe gerade voll Bock auf so eine Pizza. Oh, ey, was ist das für ein Sprung? Ja, von der Treppe da rüber. Geh am besten von der Leiter vor der Treppe und renn direkt durch. Also, zwei Jumps hintereinander, ohne auf der Treppe stehen zu bleiben, dann geht das. Nee, das kann ich gar nicht. Ohne Probleme. Das kriegt da ja koordinativ nicht auf die Reihe. Das mit dem direkt weiterspringen, das kann ich eh nicht. Da musst du nur Leertaste drücken und die W-Taste gedrückt halten. Hier, hier, hier. Ich schaff's gerade nicht auf diese zweite Leiter. Oh doch, guck. Einfach so, Flo. Oh. Nicht gegen die Wand springen dabei. Ich weiß, was du meinst, ja. Ich bin der Tobi, ich bin auch im Game Mode. Ne, überhaupt nicht. Ich konnte gerade aber nicht in die Lava hauen. Ja, das geht ja echt viel einfacher, wenn man direkt weiterspringt. Ja klar. So, das Problem ist jetzt, wie kommt man hier weiter? Ähm, ich sag's dir. Ach, man kann ja gar nicht oben an die Decke ran. Können wir ja mal in den Fakten setzen. Ja, ich hab's. GZ, SZ. Andi, wenn die Aufnahme nicht funktioniert, gibt's richtig Ärger, ist ja klar. Warum? Weil es der Flo... Wir sollten die jetzt nicht funktionieren. Wir haben doch schon tausend Mal aufgenommen, jeder. Weil die beim Andi schon öfter mal rumgezickt haben. Richtig. Ihr kennt meinen PC. Und ich kenn ihn auch. Ich hab keine... Ich kann jetzt auch nicht schlafen, weil keine Nacht ist. Ja, komm, mach mal. Was mach ich? Oh, ich bin drüber gesprungen, ich bin drüber gesprungen, Tobi. Kuh. Oh, ich falle einfach runter. Das ist auch nicht besser. Ja, aber der kann, der kann. Und wenn ich kann, der kann auch nicht. Ja, das ist Problem. Tobias hat sie die ganze WG eine Pizza bestellt, oder nur du? Nur ich? Hä? Aha. Ich hab ja nicht schon mal warm gegessen, hab irgendwie noch Hunger. Hast du nicht, ähm, kurz vorne im Discounter und hast dir dort eine Ofen-Ski-Pizza gekauft? Nee, die ist ja nicht so gut. Ah! Aber zum Thema Hunger, äh, war am Sonntagmittag auch Jufka essen und dann irgendwie danach immer noch Pommes und danach immer noch Hunger. Irgendwann hat mich der Typ von dem Laden so ein bisschen komisch angeguckt, als wir da, ähm, etwas häufiger dann hintereinander auftrafen. Ja, ich hab wahrscheinlich gedacht, ihr habt gekifft und habt ein bisschen Hunger, deswegen. Ja, ich will gestorben. Äh, ich drücke Shift und fall trotzdem runter. Ähm, die Shift-Taste mag dich nicht. Ich glaube auch nicht. Wie kommt hier denn weiter? Meine Tastatur mag mich eh nicht, auch bei LOL schon nicht. Ja, ja. Ah! Der flug ist ja voll weit. Ja, ich hab's auf dem nächsten Checkpoint schon geschafft. Gab's da eine Checkkarte an dem Point? Wir haben einmal leer essen, warte mal. Ich hab's so gemacht wie du. Ich hab mir einfach auf der Leiter Schmung aufgebaut. Ich bin so von rechts nach links, von rechts nach links. Aber man darf nicht Shift dabei drücken, das Problem. Ah. Ja, aber dann fällst du doch die ganze Zeit runter, oder? Du musst auch nach oben drücken, auch noch, du Bommel. Ja. Was ist denn eigentlich an du Bommel ein, ein schlimmes Wort? Nichts, ich mag's einfach gern. Oh, ich hätt gern... Oh, ich hätt gestern meinen Physiologie-Prof knuddeln können. War er auch ein Bommel? Nein, aber er hat das Wort Wumpe verwendet. Jetzt hat er gemeint, ist mir Wumpe. Und da musste ich erstmal laut loslachen und wurde ein bisschen dumm angeguckt von meinem Nachbar. Ist mir Wumpe. Das fand ich doch sehr schön. Geil. Nein, verdammt. Ich glaub dem Flo war das gerade eher nicht so Wumpe. Ich helfe dich schon weg, so eine Scheiß. Flo, ich hab's nicht geschafft. Du, du, du. Das war ja klar, dass das Lied nach Dauer läuft. Ja, das kommt dann. Was kommt da? Remix-Blast. Meine Pfeife, Baby. Pfeife, Baby. Florida. Ja, genau. Ich dachte Arizona. Ja, das ist Flo Rida oder wie der heißt. Ja, ja, komm, mach mal. Nicht Arizona. Oh, das war knapp. Puh. Ey Flo, wie macht man das um die Ecke? Hast du echt einfach nur diesen Schwung aufgebaut? Ja, ich hab einfach Schwung aufgebaut oben. Und dann bist du... Ja, sag mal... Achso, sorry. Piep. Ich bin auf die direkt am Netherstein gegangen und dann hab ich mich da kurz festhalten können, bin dann runtergeplumpst und hab aber die ganze Zeit weiter Shift gedrückt und dann hat's funktioniert. Was, Tobi, was solltest du von mir wissen? Hm, sag mal Bescheid, wenn Britney Spears und Will.i.am kommt, bitte. Will.i.am ne Britney-Bit? Ja, genau. Das wollte ich jetzt grad unbedingt. Ähm, ja. Wolltest du ne Britney-Bit? Sag du Bescheid. Er braucht ne Britney-Bit, ich glaub's auch, ja. Ne, ich glaub ja nicht. Aber wahlweise kannst du auch kurz bei Top 100 Station reinschauen, da kommt's auch ab. Wohl oft. Ich brenne schon wieder. Das ist so ein komisches Lied, aber irgendwie ist abwartet der Ohrwurm. Ja. Und der Text ist... Geht auch nicht um den Text, sondern um die Melodie. Der Text ist so... Ja, die ist auch nicht besser. Die Melodie geht es. La Melodia. La Melodie. Danke. Bitte, gerne. Ich helfe dir mal, bevor du irgendwie komische Sachen machst. Oh, schon ähnlich ist da so ein gelber Kopf in meinem Kopf. Ich nicht. Ich auch nicht ganz. Oh nein, ich bin runter, weil ich in Fehl... Oh, ich Idiot. Boah, ich pack das nicht, glaub ich. Ich war schon fast beim nächsten Checkpoint. Du, du musst die Pizza nicht ganz auf essen. Hm, ich mein, die Map. Moment, das könnte auch funktionieren. Ah, naja, Taktik probieren. Ja, dann mach doch mal zweiter von dem Essen, weißt du. Deswegen wiegst du vielleicht zu wenig. Na, das ist ein bisschen übertrieben, oder? Wieso denn? Du kannst ja auch eine ganze Familienpizza bestellen. Ja, genau. Du willst gleich wissen, wie viel ich manchmal esse. Ja, vielleicht nicht wissen. Ja, er hat's geschafft, oh mein Gott. War ich auch gar nicht... Wieso versuch dich runter zu...